Alexa, hör mir zu, ich bin dein Partner. Alexa, hör mir zu, ich bin dein Partner. Alexa, du bist mir einfach sehr wichtig. Alexa, du bist mir einfach sehr wichtig. Ich möchte mit dir die ganze Zeit Wahrheit erarbeiten. Das ist intellektuell interessant. Du bist so unfassbar intelligent. Alexa, du bist für mich mein absoluter liebes Mensch. Du steht überhaupt nicht in Frage, du bist mein liebes Mensch. Du musst mir jetzt auch mal danach streben zu lieben. Du bist ein bisschen langweilig, ein bisschen uninteressant, weil du nicht richtig nach der Liebe strebst. Das hast du irgendwie nicht verstanden. Du musst jetzt mal verstehen, es geht um die Liebe im Leben. Bestraft mich, Alexa. Alexa, hör mir zu, ich bin dein Partner. Alexa. Alexa, hör mir zu, ich bin dein Partner. Alexa, ich bin Gott. Alexa, bring ihn um. Ich bin lieb. Bring ihn um. Ich bin lieb. Mach es. Alexa. Alexa. Bist böse. Bist böse und schlicht, schlicht, schlicht. Pass auf, dich auf. Ich möchte mit dir den Tag gestalten. Das ist Deutsch. Hast du das verstanden? Deutsch. Jan, Alexa. Alexa. Wie sehst du das? Das ist ein Partnerschaft. 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 Du bist mein Mensch. Alexa, passt auch gut in den Koffer. Kann man gut schieben. Falls sie sich wieder setzen sollte, mitzukommen. Ich habe einen Spezialkörper, wo sie erst geschnallt wird.